Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie sagten, Sie hätten schon was zu holen. Angela! Alle lieben Angela DeMarco. Nein! 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 Und was willst du dagegen unternehmen? Frank liebt Angela, aber er ist mit seinem Job verheiratet. Wie soll ich denn in der Familie weiterkommen? Genauso wie immer. Mit Lügen, Täuschen, Stehlen. Mike liebt Angela, aber er ist mit dem Gesetz verheiratet. Wir zapfen ihr Telefon an, bringen überall im Haus Wanzen an, auch im Schlafzimmer. Angela. Tony liebt Angela, aber er ist mit seiner Frau verheiratet. Denn wenn ich euch jemals zusammen erwische, ich... Jetzt probieren Sie erst mal die Uniform an. Dann werden wir weitersehen. Alle lieben Angela, aber sie ist eine Mafiosi-Braut. Ich will mich scheißen lassen! Zeit für deinen Abflug, Frankie. Und wir sind deine Freunde, Angela. Ob's dir gefällt oder nicht? Wer ist die Sexbombe? Angela DeMarco. Also mein Mann hat für Tony gearbeitet. Und Tony versucht, mich seitdem ins Bett zu zerren. Tony! Tony! Wir sind doch deine Familie. Raus damit! Wo ist der? Und das werden wir auch bleiben. Tony, es ist Conny! Conny! Ich weiß nicht, wofür es sich noch zu leben lohnen soll. Shake it, baby, shake it, cause you'll love it when you take it. Keine Bewegung! Angela, du bist wirklich eine aufregende Frau. Michelle Pfeiffer. Matthew Modine. Mama, Mama! In einem Jonathan-Denny-Film. Die Mafiosi-Braut. That's nice!